Willkommen ihr Lieben aus der ostwestfälischen Sauna mit einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht, dass ich war oder bin eigentlich ja die ganze Zeit zu Gast hier im Clan Best Clasher und was lag da mal ein bisschen näher, dass ich einfach mal ein GML Open Recap hier bringe, denn wenn ich schon mal da bin, kann ich, ich habe, ich habe das erfragt, ob ich das vielleicht mal machen könnte, machen darf, so ein bisschen so zur Probe für den jetzt anstehenden Juli, denn im Juli streame ich für euch ein bisschen öfter aus der GML und nicht aus der Open GML, aber um das ganze mal so ein bisschen rein zu bekommen, hier habe ich mir das ganze, ich nenne es mal so genehmigen lassen. Und wir sehen hier Prinz Tristain auf die Queen Ona von Best Clasher. Ich habe mir so ein paar Angriffe rausgepickt, 9, 10, 11, 12, also so ein ganz, ganz bunt gemischter Haufen, würde ich mal so sagen. Und hier ist auf jeden Fall schon mal schön über diese Spitze, habe ich jetzt schon mal öfter gesehen bei diesem Rathaus oder bei diesem Base Layout, dass man einfach über das Rathaus hier spitz reingeht, zweimal Sprung hier, dann kommst du nämlich in acht Abteile hier eigentlich rein und dann stört dich auch nicht wirklich der, der Lava-Hund in der Clanburg, denn Queen ist außen rumgegangen, die hat sich jetzt daran nicht so wirklich gestört und die Hexen, also ab und zu mal, aber der macht dann halt ein bisschen zu wenig Schaden für die laufenden Truppen, da in der Mitte war der King, habe ich da gesehen. Jetzt haben wir da noch einen Golem, der noch am Ende noch mal tankt hier, Queen ist immer noch zündbar und ja, ihr seht das hier auch in der GML Open, ist es nicht erforderlich, dass ihr hier maxed Helden haben müsst oder so, aber ich glaube, das hatte ich schon mal erklärt, also hier kann eigentlich jeder mitspielen, auch man muss nicht unbedingt in dem Clan sein, wo man jetzt gerade spielt, es gibt sogenannte Zusatzspieler oder Ersatzspieler, die hier zum Einsatz kommen können und das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, das können dann welche sein, die mit diesem Clan eigentlich gar nichts zu tun haben, aber halt dann während der GML hier in diesem Team einfach mitspielen, finde ich auch ganz, ganz gut. Ich habe auch jemanden kennengelernt, bei dem das oder wo das so ist und deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr gut, weil ich das auch so noch nicht wusste. Ich habe mir mal gedacht, wenn der Clan denn antritt, dann sind das immer nur Leute, die wirklich aus dem Clan auch kommen. Queen immer noch nicht gezündet hier, 24er Queen, alles noch schön im Gift da, aber gerade noch so am Rand erwischt, aber die kleinen Papis, ah okay, jetzt muss er also doch zünden und jetzt haben wir aber auch noch einen Bogenschützenturm und jetzt haben wir noch eine Mauer, wir haben noch irgendwie immer eine Mauer, ne? Eieiei, aber okay, der Magerturm tut jetzt der Queen nicht mehr so doll weh, der macht jetzt halt ein bisschen zu wenig Schaden, als dass die jetzt dauernd geht und dann denke ich mal, sind das hier schon die ersten schönen Sterne gewesen für den Clan Plem Plem, also die Begegnung lautete hier Best Clasher gegen Plem Plem und ja, wir gehen, ich hangel mich mal so ein bisschen durch diesen Zicka durch. Ja, Namen gibt es, ne? Nicer Dicer hier gegen den Fluppenkönig. Okay, muss ich eben so ein bisschen lachen, als ich mir so die Angriffe ein bisschen rausgepickt habe. Also auch hier mit Kombination, ähm, nicht Bola, ich wollte gerade sagen Bola, äh, sondern Golem, Hexen und was gab es in der Clanburg? In der Clanburg gab es Bola, okay, also sind sie ja doch dabei, aber sechs Stück, die gehen so viel passend in die Clanburg hinein beim Rathaus Neuner und auch hier ein Lava-Hund in der Clanburg. Ja, ich weiß nicht, viele haben den nach wie vor drin, äh, da weiß ich gar nicht, ob das hier eine Absprache ist, äh, wer hier was in der, in der Clanburg hat, aber ja eigentlich nicht, das wäre, ich glaube, es wäre ein bisschen blödsinnig, wenn alle sagen, okay, wir nehmen alle einen Lava-Hund in die Clanburg, äh, dann weiß man ja schon, was einem erwartet, aber, ähm, in einigen anderen Angriffstaktiken ist er halt sehr nervig, aber auch hier seht ihr, mit zwei Sprungen wird hier gearbeitet, am Ende noch mit einem Skelett-Zauber, das finde ich natürlich sehr, sehr interessant, ich habe sowieso sehr, sehr interessante Angriffe gesehen und auch Angriffstaktiken gesehen, also man merkt schon, dass einige hier schon etwas länger auch teilweise Clash of Clans spielen, teilweise viel, viel länger auch Liga, im Liga-Betrieb spielen und dementsprechend auch unheimlich viele Angriffstaktiken kennen, so verschieden sie auch sind, aber, ah, jetzt hab, ach da, die sehe ich jetzt zum ersten Mal hier, die, die beschilderten Skelette hier, die sehe ich jetzt wirklich zum ersten Mal, deswegen muss ich jetzt einmal ein bisschen größer reingehen, ah, okay, coole Sache hier nochmal zu, die nochmal zum Ende zu ziehen, ah, nicht schlecht, schön gemacht hier, ein nicer Dicer auf, äh, also 18 auf 17, cooles Ding, ich glaube, wir sind jetzt schon im Rathaus 10-Bereich. Da bleibe ich auch gleich mal auf der Seite von den Best Clashern, also ich wechsle immer so ein bisschen rum, wir nehmen jetzt den ersten 10er hier von der Seite, ich finde das, glaube ich, ist eine faire Geschichte, ähm, aber ich hab mir auch ein paar Bases melden lassen, die ich halt nicht zeigen soll, das ist auch vollkommen in Ordnung, ich hab ja vorher gefragt, wäre das in Ordnung und wenn dann jemand sagt, ah, meine bitte nicht, weil ich bin auch in der und der Liga, das könnte ja jemand sehen, kein Thema, aber das ist auch eine sehr, sehr interessante Rathaus 10er-Kombi hier mit Walküren und Bowler, die gehen jetzt schnurstracks hier durch die, durch die Mitte in diese Base rein und noch mit einem Slammer im Backend, also den Slammer nochmal irgendwo dazugesetzt, was heißt irgendwo sicherlich, ähm, da wo es, da wo es weh tut, nämlich hier unten am Inferno tut es jetzt schon ein bisschen weh, denn der ist ein bisschen außer Reichweite für alle Truppen und in der Mitte, ähm, werden die Truppen jetzt komplett durchgeheilt, allerdings die ganzen Heiler sind jetzt auch, ähm, auf den Inferno-Strahl drauf, okay, jetzt ist der Inferno weg, jetzt ist er weg und die Knabbern in Skelette haben natürlich lange zu knabbern an dem dicken Ballon, muss man, muss man fairerweise so sagen, der hat ja doch schon ein paar, paar Heatpoints mehr und die machen ja jetzt nicht so den Extremschaden, ihr seht das hier, wie voll der Slammer noch ist, also Slammer ist eine coole Wahl, ich hab ihn jetzt sehr, sehr häufig gesehen, auch, äh, bei der ESL wird mit dem Slammer sehr, sehr häufig gekämpft und ich glaube, wenn man gut einsetzt und ich glaube, er war hier gut eingesetzt vom Igel, dann, ähm, ist er, ist, kann man da richtig viel mit reißen, ihr seht das, der ist ja immer noch da und ich weiß gar nicht, ob er den am Ende aufgemacht hat oder ob der aufgegangen ist, ich glaube, er hat ihn doch auf, ne, er hat ihn nicht aufgemacht, er ist doch ganz normal aufgegangen und noch mal ein Eilzauber ganz am Ende gesetzt hier für die restlichen defensiven Gebäude und dann sind das auch hier super drei Sterne, also hier waren sowieso unheimlich viele Kämpfe auf drei Sterne, ganz klar ausgelegt, gar keine Frage, auch wenn so hier und da, ach, das ist mein Tablet, immer wenn ich aufnehme, äh, so hier und da gab es natürlich auch mal einen Edelscout, so will ich das mal nennen, aber schön gemacht hier, 12 auf 13, das war Rathaus 10, auf Rathaus 10, wir springen zur anderen Seite rüber und da haben wir den TH Tor vom Clamplemplem auf, ich nenne es mal so, unsere Nummer 10 auf den DK, ähm, Rathaus 10 auf Rathaus 10, also wir sind jetzt schon auch schon so ein bisschen, bis, bis ein kleines bisschen höher gerutscht, wenn auch nicht viel, aber ich muss ja irgendwo auch so ein bisschen die goldene Mitte treffen, also, äh, äh, wir müssen das Ganze ja auch so ein bisschen in die Zeit reinbringen, für so ein, für so ein Recap und, ähm, ich denke mal, wenn wir aber erstmal in den Livestreams sind, da wird es sicherlich dann auch immer mal eine Recap von geben, für Sachen, die man dann vielleicht nicht so, nicht so im Fokus hatte, nicht so gesehen hatte, und, ähm, deswegen habe ich mir halt die, die Angriffe so rausgepickt von beiden Seiten auch, ähm, so dass das in etwa auch passt, das Gefühl und ich jetzt nicht, nur weil ich bei den Best Clashern jetzt gerade zufällig bin, nur von denen etwas zeige, sondern, die von Plämpläm können ja auch angreifen, so ist es ja nun nicht. Also, sehen wir hier erstmal einen schönen Queen Charge, der Queen Charge soll hier reingehen, also, kleiner Unterschied wieder, Queen Walk geht außenrum, Queen Charge soll eigentlich in die Base reingehen und mit einem Golem wird hier verteidigt, okay, der nervt natürlich auch Max Golem hier in der Clanburg, der ist unheimlich nervig, weil der natürlich richtig, richtig Trefferpunkte hat, die muss die Queen jetzt erstmal runterballern, keine Frage, und danach teilt er sich dann ja auch noch und verteilt dann auch noch etwas mehr Schaden, ja jetzt gerade im Moment, denn, ähm, wenn ihr die Patchnose gelesen habt, oder nach dem letzten Update, hat der Golem ja ein paar mehr, ähm, nicht Trefferpunkte bekommen, sondern wenn er sich teilt in diese zwei Mini-Golems, dann macht er etwas mehr Schaden. Also, die beiden machen dann etwas mehr Schaden, hier geht es jetzt immer noch, immer noch rein in die Indie-Base, ja, so ein bisschen trottet die Queen, teilweise außenrum, aber hat auch keinen Sprungzauber dabei, sondern für die Miner hier die Heilzauber. Die Heilzauber für die Miner und, ich weiß gar nicht, ich hab, ich hab jetzt gerade schon überlegt, wie lange soll die sein Ferne oder hinten noch stehen, okay, mit den Babydrachen super gemacht hier, das ist natürlich keine Gefahr für, äh, den Babydrachen, so ein Inferneturm auf Multi und hier geht es fröhlich weiter in Heilung vor allen Dingen, die, die Miner, das ist, das ist immer sehr, sehr cool, dann hast du, ich hätte fast gesagt, das ist ein bisschen so die halbe Miete, äh, wenn du dort deine End-Truppen noch mal in Heilung bekommst, weil die Heiler halt erst mal nichts gefressen haben und, äh, auch wenn das jetzt gar nicht mehr so viel sind, die sind immer so ein ganz, ganz kleines bisschen in Heilung, das reicht, ja, das reicht für die, für die Erdbuddler hier, Queen ist noch außen, wir haben noch einen Giftzauber, Queen noch zündbar drei, Bogenschütze sind auch noch dabei, ich denke mal für so ein bisschen Clean-Up oder so ein bisschen Ablenkung hier außen, wunderbar gemacht und auch schönes Ding hier von Thor auf die Nummer 10, auf die Base von DK, also tolles Teil hier und auch coole Base, das muss ich sagen, habe ich gesehen, also lohnt sich in jedem Fall mal so ein bisschen die Verlinkung hier anzuschmeißen. So, gucken wir mal, der DK hier, also eben noch den Angriff auf DK, jetzt den Angriff auf dem Plemschlingel, auch nicht schlecht, auf dem Plemschlingel vom Clan Plem Plem, aber so Plem Plem habt ihr gerade gesehen, sind die bei Weipen nicht, ich denke mal, die haben auch den Schalke im Nacken oder den Spass im Nacken oder, ich glaube Schalke im Nacken heißt das, also erstmal kurz hier die Clanbrücke lockt mit King und Queen vergiftet, einmal den, ja der Loon ist jetzt nicht so schlimm, aber der Drachen für die restlichen Truppen, ja, der tut dann schon ein bisschen mehr weh und noch gar nicht so viel geschafft, ihr seht das hier jetzt mal, gerade so das Rathaus, 13% und die Queen ist auch nicht mehr zündbar, die hat jetzt, die haben wirklich nur, dieses Pärchen hat sich jetzt erstmal nur ein bisschen die Clanbrücke geholt und ein wenig Defense, aber wenn auch nicht so super viel, mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht mit Zeppelin, okay, eben ich weiß gar nicht, ich glaube eben der wurde jetzt nochmal gewechselt, Andi, den kannst du ja gar nicht wechseln als Rathaus-Szener, also geht das hier mit dem Zeppelin erstmal rein, da wurde schon mal so ein bisschen mittig was entkernt und jetzt geht der eigentliche Loon-Part los, hier auf 1, 2, 3, ja auf noch 3, ne auf 4 Luftabwehren, das ist auch sportlich muss ich sagen, aber die haben jetzt ein super Passing hier, ihr seht das, die nehmen jetzt wirklich Stück für Stück hier die Außengebäude super mit hier und dabei sind natürlich auch die Luftabwehren komplett hier mit drin und sind jetzt schon mal weg, jetzt gibt es hier kaum noch was, was Luft verteidigt, klar der Inferno macht es natürlich, der schießt auf Boden und Lufttruppen einmal den Magierturm noch, aber super reingeheilt hier vor allen Dingen in die ganze Meute, da ist noch ein Hund, das ist immer schade, wenn ein Lava-Hund eigentlich nicht platzt, weil gerade wenn es dann später ums Clean-Up geht da hat ja, so ist es besser, dann hat man noch ein paar Welpen in der Base, sonst macht er so einen Lava-Hund beim Clean-Up überhaupt keinen Sinn muss man sagen, der macht so wenig Schaden der kriegt nicht mal ein einziges Gebäude runter, hier wird jetzt noch mal kurz einmal abgelenkt, der Magierturm, äh, der Magierturm, der Bogenschützenturm, hinten ist schon, sind schon ein paar Welpen überall unterwegs, so willst du es eigentlich haben, dass überall schon so ein bisschen Clean-Up mit drin ist und die Luns machen jetzt auch noch mal die etwas dickeren Gebäude hier einfach mal mit so dass du hier keine großartigen Zeitprobleme gibst, es gab ja auch mal wieder so ein paar Zeit-Fails, das ist immer sehr, sehr unglücklich, aber gut, den Club der 99er, dem wohnen ja ganz, ganz viele bei, ich würde fast sagen, jeder Clasher ist da sicherlich, entschuldigt bitte, herzlich, herzlich willkommen, aber hier sind wir im Club der hundertprozentigen also DK auf Plämmschlingel 11 auf 11, da musste ich jetzt schon ein bisschen suchen, weil das kein No-Dip-Klan-Krieg ist, sondern man darf auch dippen, das machst du natürlich erst dann, wenn wirklich gar nichts mehr geht und, ähm, wir haben hier die wohl mir bekannte Alex Zockerine von Best Clashers auf den, ähm, King Ragnar vom Clan Plämmplämm, äh, ist Ragnar einer, ah nee, Ragnar ist nicht auf der Blacklist, okay, also kann ich das ruhig zeigen, komische Base habe ich schon länger nicht mehr gesehen, dieses dieses Halbring Base Layout, so will ich mal sagen, du hast ein paar Ringe und, ähm, mal sehen, wie es das hier gelöst hat mit der Taktik, ähm, mit Pekka und, ähm, Fledermauszauber äh, Pekka Smash, ja, so heißt das Ding, glaube ich äh, den kannst du ja entweder mitmachen oder ohne machen, also es gibt auch viele, viele Taktiken, die ohne, ohne den Fledermauszauber auskommen, aber mal sehen, wann sie den hier nimmt, ich habe auch noch nicht jeden Angriff gesehen, bin ich jetzt mal wirklich drauf gespannt, der Adler ballert die ganze Zeit, ja, viele wollen natürlich erstmal den Adler weg haben, damit er nicht die ganze Zeit hier, äh, rumballert, in der Mitte haben wir einen Pekka, der sich jetzt gerade um ein paar kleinere Skelette, leider erst kümmert, jetzt ist er leider auch weg, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und jetzt haben wir hier einen Single entfernen und ich glaube, der andere steht auf, ist das ein Multi, oh, schade, der war ein bisschen spät gesetzt, aber hat sie wahrscheinlich nicht gesehen, dass der kaum noch Trefferpunkte hatte, also der wurde gerade nur mal angehaucht hier und jetzt erst zum Schluss den, den Adler hier gemacht, aber cooles Ding hier mit, vor allen Dingen mit dem, mit dem Fledermauszauber, der ist richtig, richtig gut durchgegangen, zwar ist nicht ganz bis zum Ende, aber da leben jetzt noch drei Defense-Gebäude und für die Bowler und für die Hexen hier Queen auch noch dabei und noch zündbar, also, ähm, das ist schon ein tolles, tolles Ding gewesen, hier, schöner Angriff, keine Frage, auf dieser Seite hier, 11 auf 11, auf der anderen Seite muss ich das jetzt erstmal suchen, ähm, aber ich glaube, ich hatte, ich hatte schon einen gefunden, der auch hier im 11er-Bereich, ähm, getrippelt hat vom Clan Plämpläm, aber erstmal ging es den King Ragnar in den Kragen, schön gemacht hier, Glückwunsch. Oh, ich muss jetzt gerade ein bisschen suchen bei Plämpläm, aber ich habe den Sebi hier gefunden, Sebi aus Ausbilder, auf Ausbilder, aus Ausbilder Gerd, 11 auf 11 hier, mal schauen, auch mit der Truppe Heiler, ja, wo startet der, ah, hier hinten, einmal Heiler, ähm, Hexen und Bowler jeweils in die Ecken hier reingesetzt, ja, ich starte eigentlich auch mal ganz gerne in den Ecken, muss ich sagen, damit da nichts anbrennt, äh, denn ich habe auch nicht immer einen Loon dabei, so nach dem Motto, oh, wenn hier auf, auf Ecke jetzt irgendwo ein Tesla hockt, dann, äh, schaffst du den ja immer mit einem einzigen, äh, Ballon und, äh, den habe ich aber auch nicht immer dabei, sollte man vielleicht, vielleicht sollte man sich so einen aufsparen, aber auch hier geht es jetzt erstmal Richtung Adler, die Truppen können jetzt nicht mehr nach außen, die werden jetzt nach innen reingezogen, also schön gefummelt hier mit den, mit den Hexen und mit dem, ähm, Bowlern auf den Ecken jeweils und jetzt geht es hier schnurstracks volle Pulle durch die Mitte durch, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus, ihr seht das hier, da sind jetzt gerade alle Truppen in diesem Quadrat, wirklich mal alle Truppen und, äh, so ganz kleine Meute geht hier außenrum, das willst du eigentlich auch mal ganz gerne haben, damit, äh, die Randgebäude gemacht werden, sprung jetzt Richtung Rathaus, der, da werden die Truppen auch hingezogen, ja, wenn so ein Sprung, ähm, ist jetzt nicht so ganz, ganz verlockend, aber wenn er schon mal da ist, dann nutzen ihn die Truppen natürlich auch und so kann der Weg erstmal hier Richtung Rathaus weitergehen, außen, glaube ich, gibt es jetzt nicht so wirklich Gefahr, dass man das Rathaus nicht schafft, aber bis hier hinten ist es auch noch ein ziemlich weiter Weg, also bis da oben hin, wo ich jetzt gerade markiere, bis zu dem Tesla hier, die jetzt schon hochgekommen sind, die kommen bei 51, 52 Prozent, glaube ich, hoch, das heißt, dort werden alle Gebäude sichtbar, die sich bis dahin bedeckt halten, wie so ein Tesla, und der, ähm, der Pekka tankt hier sehr gut, also die Pekka-Dame tankt sehr, sehr gut, in der Mitte jetzt Queen und, ähm, Warden noch dabei, schnell mal den, ähm, den Inferno noch gefriest, ich glaube, das war sehr, sehr wichtig an der Stelle, denn sonst wären die Truppen hier, ah, jetzt laufen sie dann nochmal wieder weg, okay, ist natürlich auch, kann auch manchmal ein Segen sein, wenn die Truppen sich nochmal entfernen, denn im Moment ist allerdings, ja, das ist auch schade, die Heilung hat gerade geschwenkt, habt ihr gesehen, gerade wurde noch der, der große Wächter geheilt, jetzt wird die Queen wieder geheilt, die ist natürlich die etwas bessere Option, obwohl auch die Aura von dem Worten ja nicht schlecht ist, also wenn du dort dauerhaft deine Truppen drin hast, ist das natürlich auch nicht schlecht, und immer noch unheimlich viele, ja, ich will jetzt nicht sagen, unheimlich viele Truppen hier, aber es ist ja noch was da, ne, eine Queen ist noch da, und jetzt nur noch ein Multi-Inferno und ein Tesla, aber ihr seht schon, hier haben wir ein kleines Problem, okay, da ist die Queen denn doch am Ende gestorben, aber ihr seht, auch so eine Kämpfe gibt es natürlich sausaut, knapp 98%. Okay, kommen wir zur Königsdisziplin, Rathaus 12 ist nicht Königsdisziplin, aber ist halt immer, oder in diesem Spiele ist es die höchste Rathausstufe, und dementsprechend sind auch alle anderen darunter einfach nur kleinere Rathäuser, mehr nicht. Jeder spielt hier eine wichtige Rolle, also auch Rathaus 9, 10, 11, 12, beziehungsweise alles, was unter 12 ist, denn alles das, was du auf deiner Rathausstufe schaffst, müssen keine höheren Rathausstufen machen und haben dementsprechend etwas mehr Angriffe, die sie nach oben verlagern können, aber der PK 96 musste gar nicht nach oben verlagern, er konnte sich hier den Tim vornehmen. Schauen wir mal, 2 auf Nummer 4, und hier wurde jetzt erstmal, oh, schöner Funnel, ja, schöner Funnel und Hockrider. Hockrider sind im Rathaus 12 Bereich wieder sehr, sehr stark, wenn sie gut eingesetzt sind, also ich sehe auch diese Truppe, im Moment sieht man wirklich, wirklich viele Truppen, also du hast nicht diese Eintönigkeit, die es ja mal gab, mit Bohler-Hicksen, Riesen, alles überlaufen oder so, sondern schon so ein bisschen schön gefundelt, hier in der Mitte sind die Helden und außen geht das jetzt mit Hocks weiter, mit den Worten und das sind dann schon so ein bisschen Angriffe, die sind nicht einfach so von der Stange, so will ich es mal sagen, sondern und auch einfach nicht gespammt, sondern du musst schon wissen, wann setze ich eigentlich meine Hocks, wann setze ich meine Zauber und wann setze ich meine Wortenfähigkeit ein. Hier, vor allen Dingen jetzt am Rathaus, das Rathaus gefriest, worden ist noch nicht gezündet, jetzt wird er gezündet, perfekt gemacht, denn alle Hockrider haben hier überlebt, keiner glaube ich ist da drauf gegangen, Pekka-Dame ist da auch noch mit im Getummel und jetzt haben sie sich ein ganz kleines bisschen aufgeteilt, leider springen auch die Hocks immer, müssen dann auch öfter mal wieder die Base verlassen, weil noch Außengebäude sind, da lauern dann auch immer noch ein paar fallen, aber cool gemacht hier von Pekka 96 auf die Nummer 4 auf den Tim, aber schönes Match, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch im Juli so ein bisschen mehr live zeigen kann aus der GML, ich hoffe ihr habt da auch Bock drauf, also ich habe Bock drauf, gar keine Frage und macht mir sowieso eigentlich immer immer Spaß, vor allen Dingen solche coolen CKs jetzt ein bisschen zu kommentieren, um auch ein bisschen zu gucken, ich hatte ja extra, wie gesagt, ich habe einfach mal gefragt, kann ich das mal machen, um das Ganze mal so ein bisschen, ja ich will nicht sagen zu üben, aber um da mal so ein bisschen rein zu kommen, also Pekka 96 auf den Tim, schöne drei Sterne und wir springen rüber. Und wie eng das hier werden kann, ja, Nummer 1 auf Nummer 2, Nummer 1 auf Nummer 2, entschuldigt bitte, Nummer 1 auf Nummer 2, Rathos 12 auf Rathos 12, ich war gerade ein bisschen woanders, ich hatte gerade irgendwas im Kopf, kein Gewitter oder so, sondern irgendwas, ich hatte gerade irgend so einen Nebengedanken, aber hier geht es jetzt erstmal mit einem Queen Walk Charge, mal sehen, wir haben Fledermaus Zauber hier, Pekka Smash, mal sehen, wie es hier reingeht und wie, ah ok, die Karre wird da schon mal genutzt, hier ist jetzt auch nicht so super viel, was die Karre jetzt daran hindert, durch diese bockstarken Mauern zu kommen, das ist oftmals das Problem, ich sehe auch immer gerne Karren, die da gesetzt werden, an Stellen, wo du weißt, da schafft die Karre nur eine Mauer, ich meine, hier musste sie jetzt nur zwei Mauern schaffen, mehr nicht, dann war sie auch am Rathos, aber das ist nicht schlimm, die zieht sehr, sehr viel Feuer auf sich und deswegen kann man das an der Stelle auch machen, dass man hier das Rathos erstmal mitnimmt, aber auch hier Wordenfähigkeit gut gezündet, ich glaube, da ist jetzt nicht so viel gestorben, ich konnte es ganz, ganz schlecht sehen und hier auf der Außenseite geht es jetzt schon mit dem Batsbell so ein kleines bisschen weiter außen, schön hier mit den Ice Golems abgelenkt, zwei Stück ist natürlich auch echt viel, denn die trotten jetzt erstmal nur so durch die Bays durch, der erste fliegt da schon mal weg, die sind ja anfällig gegen Fallen, also die, wenn die auf eine Falle rauftapsen, sind in jedem Fall hops, also sie fliegen da durch die Gegend, hopsen ist wahrscheinlich noch nicht, aber außen, außen ist eigentlich auch gut, 3 Päcker-Damen, Ola noch dabei, hier außen, auch kein Gebäude vergessen, das, ja okay, die gehen jetzt erstmal nach außen, ist natürlich ein bisschen doof, ist auch immer weiter, wieder ein weiter Weg, haben wieder ein paar Zentimeter verloren und kriegen die ganze Zeit natürlich hier Beschuss, der, wer ist dann hier unten eigentlich noch, oh hier kämpft noch der Dicke, alter Falter, der Dicke kämpft ja noch gegen die Mauern, auch nicht schlecht, hatte jetzt bis eben glaube ich noch Heilung, die ist jetzt auch weg und jetzt die Vierfachkanone, oh die tut, die tut richtig weh, muss ich mal so sagen, also die kleinen oder die Doppelgebäude hier, die du ja bekommst, wenn du in der Bauarbeiterwerkstatt die entsprechende Einheit auch gelevelt hast, dann kannst du sie ja auch im Hauptdorf leveln und ja, da sind die natürlich jetzt erstmal dran vorbeigelaufen, weil sie jetzt erstmal außen alles abräumen, vier Päcker sind das hier gerade noch und hier gibt es, hier ist kein, leider kein defensives Gebäude mehr, das ist ein bisschen, ich meine, jetzt für ihn ist das natürlich gut, allerdings hat er jetzt noch zwei Gebäude, die hinter Mauern sind, ja vielleicht kriegt die Päcker-Dame ja auch mal so eine Zusatzfähigkeit oder so, so nach dem Motto, schmeißt den Kopf zum Gebäude oder so, keine Ahnung, oder die Hörner oder so, aber sehr, sehr schade, das wird nämlich ein Timefail hier, eigentlich ist das unfair, weil es so ein guter Angriff war, der dann halt an der Stelle nicht bis zum Ende belohnt wird, aber ist auch glaube ich nicht so schlimm, cooler Clan hier, Plam Plam, cooler Clan, Best Clasher, ich glaube beide sind richtig schön auf Augenhöhe, haben sich auch schön im Discord beglückwunscht, alles super fair hier, auch das hat mich ein bisschen beeindruckt, hier gibt es kein Geblänke oder Gezicke oder so, richtig cooles Teil, die BCs, die Best Clasher haben auch knapp gewonnen, 57,54, das ist jetzt nicht gerade weit weg, aber es ist absolut in Ordnung, es wird sicherlich irgendwie nach Revanche riechen und es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich hier so ein bisschen was zeigen durfte, ein paar Sachen durfte ich halt nicht zeigen, aber heute einfach mal ein bisschen für euch, GML Open habe ich jetzt mal am Wochenende festgehalten, ich denke so können wir in die Woche starten, ich hoffe ihr startet auch cool in die Woche, bis dahin, euer Toto, FESCHT! Jeffen